So, moin moin und willkommen zurück bei Alien Isolation. Im letzten Part sind wir aus dem Reaktor sozusagen rausgegangen. Die Aliens sind alle frei und so weiter. Wir sind hier in der Krankenstation wieder zurückgekommen. Ja, worauf ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust habe. Wir waren auch kurz auf der Anisidora in der letzten Folge gewesen, ein anderes Schiff. Da waren auch Taylor und Malo gewesen, aber leider haben die beiden es nicht überlebt. Also bei Malo könnten wir vielleicht glücklich drüber sein. Aber das Schiff ist auch leider untergegangen. Wir mussten fliehen und nun sind wir wieder zurück in der Krankenstadt, worauf ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust habe. Und wir müssen anscheinend, wir müssen jetzt auch die Torrens kontaktieren und wir müssen auch Ricardo finden, der auch noch irgendwie rumschleicht. Und das Alien dürfen wir nicht vergessen. Also einer der Aliens ist immer noch hier in der Krankenstation und wir müssen richtig aufpassen auf jeden Fall. Und Androiden sind ja auch schon mittlerweile hier in der Krankenstation, was die ganze Sache richtig schwer macht. Und wir müssen die, also wir müssen die Silvesterpool einfach so schnell wie möglich mittlerweile, also wir müssen die Silvesterpool mittlerweile eigentlich nur noch ganz schnell verlassen. Wir müssen einfach noch abhauen. Also das Schiff muss einfach abstürzen. Es muss einfach zerstört werden. Wir müssen einfach nur noch ganz schnell weg von hier. Einfach nur noch nach Hause. Das wird glaube ich nicht besonders einfach. Shit, ich habe das jetzt schon verkackt, oder? Was, das hat noch funktioniert? Okay. Ob ich hier sicher durchkommen werde? Ich glaube nicht. Scheiße. Na ja, nicht vergessen, wir sind immer noch auf der Krankenstadt und ich will hier eigentlich gar nicht sein, aber... Gibt es denn was zum Speichern vielleicht? Willkommen bei Seekson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Alter, warum sollte ich? Ich will da nicht hin. Da sind Schießwütige. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh Gott. Bei mir ist halt auch die Frage, bin ich hier überhaupt richtig oder muss ich woanders hin? Das weiß ich gar nicht. Da ist irgendein... Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seekson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Scheiße. Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen Sie kontaktieren. Ich glaube, Sie wollen Sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich. Und verzweifelt. Scheiße. Der Sicherheitsdienst ist hier. Jetzt haben wir die auch noch am Arsch. Wenn es noch die Nummer einschießt, wenn wir noch mit dazukommen, dann sind wir noch mehr am Arsch. Oh. Kacke. Was, ich kann hier durchsuchen von dir aus. Okay. Aber ich bin leider voll. Nee, noch nicht ganz. Scheiße. Der Sicherheitsdienst. Komme ich von diesem Wack runter. Mit dem möchte ich mich nicht so gerne anlegen. Kacke. Scheiße. Geh mal schnell rein hier. Wo führt mich das denn überhaupt hin hier eigentlich? Oh. Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Ich komme halt nur woanders hin. Shit. Ah, ich muss doch da hin. Ich meine, wenn die Typen da schon sind. Ich glaube nicht, dass ich zur Krankenstadt zurück muss. Da will ich auch gar nicht hin. Also so wird das ja böse für mich ausgehen. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Ich könnte es ihm vielleicht sagen. Also vielleicht. Aber ich glaube, er... Und ich weiß gar nicht so wirklich genau, wo ich hier hin muss, ey. Orbital-Stabilisatoren auf 80%. Das sind noch mehr. Und hier geht es auch noch rein. Okay. Bin ich hier richtig? Ich bin hier ganz falsch. Ja, das glaubt ja mittlerweile schon jeder. Kacke. Ich bin im falschen Raum, ne? Oh Gott, warum geht der nie bitte rein? Das ist aber ein Lüftungsschacht da hinten, glaube ich, ne? Das war deine Idee, nicht meine. Scheiße. Puh. Ich geh mal schnell rein hier. Was? Geht nach oben? Okay. Wo führt mich das da bitte hin? Ah, okay. Äh. Scheiße, da ist jemand. Äh. Oh nein. Da ist der Typ. Oh shit. Der hat mich gesehen. Ist das Alien da? Ich hab da gerade irgendwas gehört, glaube ich. Äh. Alter. Alter, wo muss ich denn überhaupt... Nein. Okay. Er hat mich noch nicht gesehen. Scheiße. Scheiße. Der ist anscheinend nicht so gut zu sprechen, der Sicherheitsdienst. Muss ich hier hin? Hier war ich noch nicht gewesen. Ach du Kacke. 60 Prozent mittlerweile. Das wird immer schlimmer. Und ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? Ne. Ich glaube, hier bin ich auch richtig. Ich guck mal. Hier war ich doch schon mal. Hier war ich schon mal gewesen. Okay, da oben ist keiner. Da ist Ricardo. Alles klar. Malos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommt-Zentrale, oder? Ja. Damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Aha. Finden Sie das Observatorium der Sevastopol. Oh. Es neigt sich wirklich immer weiter dem Ende zu. Orbitalstabilisatoren auf 40 Prozent. Und feinend. Oh Gott. Wie soll man den ganzen da bitte noch helfen? Das geht doch gar nicht. Naja, rufen wir erstmal den Aufzug und dann geht es zum Observatorium hoch anscheinend. Ob es da so friedlich aussehen wird? Ich glaube nicht. Zuerst mal vollladen. Da werden bestimmt noch mehr von diesem Sicherheitsdienst bestimmt noch sein. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir gucken mal. Wer da auf uns wartet. Ich bin auch mal schon gespannt. Das sind die Schüsseln, die wir brauchen. Und ich speichere nochmal schnell. Das sieht irgendwie auch so aus, als wenn hier Androiden oder sowas ähnliches. Ach, du Kacke. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Ah. Das normale Schießwütige, okay. Mhm. Ah, ich muss da hinten rein, okay. Was, das Licht? Scheiße, ich muss gar nicht, dass die so auf Licht reagieren. Ach, du Scheiße. Ich glaube, hier unten können sie nicht durch, ne? Ich will einfach nur weiter. Ähä. Shit. Ich muss hier rein, ne? Aber wir können ja mit den Ionschneider mittlerweile fast überall rein. was sehr gut ist. Oh, Hilfe, ey. Okay. Das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Das sieht interessant aus, oder? Er sagt auch ja. So. Hier haben wir nichts. Wie passt immer eigentlich. Ja, dann wollen wir mal weiter. Lassen Sie das Orientierungssystem, die Tauben zu finden. Alter. Das sieht echt schon wieder heftig aus. Aber diese Wasserpool wird nicht mehr lange stehen. Die wird bald untergehen. Äh, was muss ich denn da machen? Ach so, ich glaube, ich verstehe es so langsam. Der letzte. Okay. Und nun? der hier. Ah, so was. Passt es? Oh, das passt sogar anscheinend. Jetzt ist es anscheinend ganz weit nach oben. Und nun? Ich konnte mich offenbar noch erinnern, dass man irgendwie auch nochmal da rausgehen musste. Aber das ist anscheinend jetzt nicht der Fall. Äh, ich sehe schon, das muss mitten im Kreis drin sein. Ich würde mal sagen, so ist es perfekt, oder? Ach du Scheiße, jetzt müssen wir wirklich nach draußen gehen. Ich glaube es ja echt nicht. Das ist, wir müssen noch einen Raumanzug anziehen und das wird interessant werden. Ob das auch so einfach sein wird? Hm. Mal gucken. Okay, dann warte ich mal schnell. Ah! Ach so, dankeschön. Ich gehe da mal, ne? Ihr könnt schön da bleiben. Ich gehe da mal. So. Oh. Ab in den Keller, ne? Äh, ja. Ich fahr doch mal runter, ne? Viel Spaß da oben. Oh Gott. Okay. Und einmal umziehen. Jetzt geht es gleich raus. Puh. Okay. Okay. Wir haben alles an. So, hier können wir nochmal speichern. Das haben wir glaube ich auch notwendig. Ich weiß nicht, ob es draußen auch Speicherspots gibt, aber ich glaube eher nicht. Okay. Okay, wir sind draußen. Oh ja. Alter, das sieht so geil aus. Alter, da habe ich das Spiel echt richtig vermisst, ne? Okay, rennen können wir nicht. Aber wie riesig die Station ist. Guck mal, da hinten ist ja auch noch mehr und es fliegen immer fette Teile durch die Gegend. Waffen kann ich gar keine einsetzen. Anscheinend. Aber ist auch okay. Boah, guck mal, die fette Sonne da hinten. Dann haben wir da hinten noch diesen fetten Gasriesen. Diesen K-irgendwas. Ähm. Na, hallolule. Da fliegen schon die ersten Teile durch die Gegend. Du Scheiße. Also, ich glaube, Pruple ist froh, wenn es nochmal morgen zu Hause ankommt, wenn ich im Bett erstmal ausschlafen kann. Darf ich auch mal aufruhen drüber? Okay, da ist ein Button, da kann ich aber nichts machen. Muss ich hier hin? Okay, anscheinend ja. Benutzen wir mal. Ach, und da waren wir vorhin drin. Na, seh mal einer an. Die Koordinaten. Ich muss erstmal gucken. Irgendwo da unten bestimmt, ne? Ah, das ist echt geil. Das muss man echt sagen, also. Da kannst du echt einen schönen Spatzdickgang auch hier draußen machen, ne? Ich glaube, das ist kein Problem hier. Ich glaube, da sind wir auch schon. Scheiße, ich sehe aber gar nichts hier. Ähm, das ist ein vertrauenswürdiges Licht, aber... hier vielleicht? Wo muss ich das so machen, weil ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich glaube, ich gucke nochmal... Ich glaube, ich gucke nochmal... Ach, hier. Okay. Da war schon mal ein bisschen Licht. Sehr gut. Dann müssen wir, glaube ich... Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Achso, jetzt ist es. Okay. Gott, bist du's. Boah, das ist... Das ist manchmal schon mal die fette Schüssel. Okay, die ersten Dinger werden jetzt alle hochgefahren. Okay. Drei Stück hier. Und da kann man diesen Schalter umlegen. Sehr gut. Hm? Ah, na, sieh mal eine an. Da wird das ausgerichtet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay. Und jetzt müssen wir das abhauen, oder? Hier ist ja nichts anderes mehr. Achso, okay. Ich muss da wieder hoch. Okay. Verstehe. Diese Schusswaffen oder so hat die Sebastian Paul anscheinend nicht, ne? Die ist anscheinend eher so eine friedliche Station, wie es so aussieht. So, dann muss ich wahrscheinlich hier ran, oder? Ah, Tatsache. Sah schon irgendwie danach aus. Okay. Vielen Dank. Hm. Ach du Scheiße, was ist denn die richtige Koordinate dafür? Ähm. Ich denke, ich sage keine Ahnung. Das ist anscheinend ein bisschen schwieriger jetzt. Oh. Ich würde mal sagen, das sehen wir uns mal für die nächste Folge auf. Das wird dann, naja, langweilig und interessant, glaube ich, damit. Schau mal. Vielleicht lösen wir es gleich. Mal gucken. Bis dann erstmal, ne? Ciao, ciao.